Bevor das Ganze losgeht, will ich euch noch eine ganz, ganz wichtige Information mitteilen. Und zwar könnt ihr euch ja noch erinnern, Bossio und ich haben euch versprochen, dass wir einen 24-Stunden-Stream gemeinsam machen werden. Das Ganze haben wir jetzt datiert auf den 30. September. Diesen Monat also um 17 Uhr wird das starten, 24 Stunden mit ihm zusammen. Schreibt es euch in den Kalender, ich will euch alle dort sehen. Das Ganze auf twitch.tv slash nohandgaming. YouTube, YT, auch Link ist natürlich in der Beschreibung. Ich würde mich über Riesiges kommen freuen, ich werde jetzt die Tage immer ansagen. Also, mucho grande, importante, señores, goba. So, wir haben heute den FIFA 18 Early Access am Start. Ich werde das Spiel jetzt starten und wir werden, ja da wir nur 10 Stunden Zeit haben, und ihr seht schon, weniger als 10 Stunden habe ich noch über. Ich muss hier richtig schön entspannt mit hier starten, ne. Werde ich ein Draft starten und ich glaube, es wird verdammt schwer. Einfach aus dem Grund, weil so gut wie jeder Pro jetzt Foot Draft spielt und ja, wir wahrscheinlich gegen einen absoluten Pro verlieren werden. Nichtsdestotrotz werde ich heute auch natürlich FIFA streamen, auch auf Twitch. Das Ganze wird um 16.30 Uhr beginnen. Links in der Beschreibung, dort wo auch der 24er losgeht. Wir haben FIFA Points für die Xbox hier am Start. Da wird gut getradet, da wird Foot Draft gespielt, da wird alles möglich gemacht und natürlich vor allem Packs geöffnet. Also schaut vorbei, links in der Description, 16.30 Uhr. So, let's go. Jetzt sind wir hier aber drin und startet unser erstes FIFA 18 Foot Draft. Ich hab so Bock, ich bin so motiviert. Let's fucking go, es wird so schwer. Ihr seht schon, wir haben ein paar FIFA Points auf jeden Fall am Start. Wenn wir jetzt eine Ikone Ronaldo oder sowas kriegen würden, das wäre so insane. Oh, 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 mit was starten wir hier? 4, 3, 3, 4, 5, 1. Ich würde sagen, ich würde echt mal mit einem Doppel... Na komm, wir starten, oder? Wir starten mal mit einem Doppelsturm, wir probieren es heute einfach mal. Und direkt am Anfang eine Ikone. Oh mein Gott, let's go! Ronaldo-Icon-Draft. So ist das doch der absolute Burner, Robert. Let's fucking go! Nächster Stürmer direkt daneben wird wer? Wen wollen wir da nehmen? Ich dachte gerade, Cignacat, hier eine Glatze auf dem Bild. Haarausfall in der Mitte. Ähm, Falcao, Jovete. Nehmen wir mal Alvaro Morata mit für die Premier League. Und jetzt auf der 10, Premier League, Premier League. Okidoki, Barkley oder Rooney sind beide nicht so die absoluten Banger. Asensio wäre... Nehmen wir Asensio mit für den spanischen Link. Sehr gut, I like that. Gehen wir ins Mittelfeld über. Come on, EA Sports, ich will hier einen Hammer-Draft. Ich will hier einen Baba-Draft. Dembele? Oder... Oh, Viere hat nice Stats an sich. Aber es ist halt einfach Dembele für die Premier League. Aber können wir jetzt mit der Premier League was anfangen? Ich nehme mal Viere. Dann gehen wir ein bisschen safe. Auf jeden Fall mit der Chemie hier. Bei der Link zu Morata. Und jetzt haben wir hier... Niemand aus der La Liga. Schade, leider. Warum färben sich alle Haare die blond? Warum färben sich alle die Haare blond? Richtig, war doch gut Deutsch. Nehmen wir mal Pastore mit. Und jetzt rechts im Mittelfeld. Kommt. 90er Kroos. Sollen wir den echt mal ausprobieren, ist jetzt die Frage. Oder dann doch lieber einen Rakitic oder Iniesta. Ich würde es sogar mal riskieren, einfach wegen dem Rating heute Kroos mitzunehmen. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher, wenn ich ehrlich bin. Rakitic hätte ich auch sehr Bock. Komm, egal. Wir gehen mal fürs 90er Rating. Das muss doch mal für irgendwas stehen. Vielleicht auch, wenn er langsam ist. Bringt er uns auch was Gutes dieses Jahr. La Liga Santander dabei. Bundesliga, Liga Nos, Liga Nos. Hm, dann nehmen wir Grimaldo mit. Weil er Spanier ist. Das ist eine gute Idee. Señor Escobar. Und jetzt nochmal ein Bang. Also ein Ramos. Ah, na gut. Naldo sieht sehr interessant aus, aber linkt halt absolut gar nicht. Premier League haben wir ja jetzt auch nichts im Mittelfeld. Der Argentiner hier Musaccio würde noch theoretisch zu Pastoren linken. Ob das dann am Ende auch uns was bringt, ist die andere Frage. Ich, äh, geh jetzt einfach mal Risiko und nimm ihn hier mit. Wer weiß, was uns jetzt der nächste Verteidiger bringt. Natürlich, ja gut, Urugani würde auch noch linken. Jetzt wäre natürlich gut, hätten wir Naldo mitgenommen. Hätten wir Nastasic. Wir hätten noch Lopez für den Spanier im Mittelfeld. Hm, ich glaube, ich nehme mal Lopez vielleicht mit, weil der bringt uns schon gut Chemie hier. Zack, plus 90 mal am Start. Machen wir jetzt einfach mal. Wir haben ja noch die ganze Bank und jetzt Kappa, Kappa, hey, Kappa, hey. Danilo Cancelo, Cancelo linkt zu Musaccio. Roberto linkt, aber, äh, gute Frage, nächste Frage. Boah. Komm, ich vertraue einfach drauf, dass wir noch hier was Gutes aus der La Liga für die Verteidigung kriegen. Und jetzt nochmal ein Banger, Keeper, Courtois, Stegen. Courtois soll so verdammt gut sein. Bringt uns aber absolut nichts. Deswegen nehme ich erstmal für die Chemie, Ter Stegen mit, auch wenn die anderen ganz schöne Banger sind. Aber solange wir da vorne Ronaldo haben, ist doch alles gut. Senores, come on, Ancara, Messi. Ich sage nicht nein zu Messi, das könnt ihr vergessen. Den nehmen wir mit. Und für den Mittelfeld haben wir Di Maria. Wir haben Coutinho. Wir hatten Coutinho für den Supersub im ZOM. Gefällt mir die Idee. Nehmen wir erstmal mit. Das Draft kommt viel schneller rein, die ganzen Spieler, ne? Kann man viel schneller auswählen. Das sieht jetzt hier bisher nicht so gut aus für unsere Auswahl hier so an sich. Wir brauchen La Liga. Das wäre perfekt. Wir haben gute Subs mit Mané. Aber der Rest bringt uns noch nicht viel. Ich nehme ihn erstmal mit. Und jetzt brauchen wir aber La Liga. Senor Escobar. So langsam muss ich versuchen, umzudisponieren. Ich nehme als Supersub Draxler mit. Jetzt musste aber mal was kommen hier. Komm schon, EA. Wir hatten bis jetzt eigentlich gute Spieler. Okay, wir haben Neymar. Wer uns aber chemietechnisch halt wieder absolut gar nicht weiterbringt. Aber der Rest halt auch absolut zero. Ich nehme jetzt Neymar natürlich mit. Dazu sage ich nicht nein. Und jetzt bringt uns hier wieder absolut gar nichts was leider. Wir haben AS Rom. Wir haben Montpellier. Montpellier, Mailand. Aber Mailand ist halt natürlich wieder rechter Flügel. El Charavi, 5 Sterne, Supersub. Komm schon. Gib uns was. Jetzt gib uns doch mal was. Was ist denn hier los? Das hier fällt mir jetzt hier plötzlich absolut gar nicht mehr. Ah, ja, 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 ja. Ein Innenverteidiger wäre doch alles, was ich gebraucht hätte. Jetzt haben wir jetzt hier Balos. Die Karte sieht nicht gut aus. Aber hilft uns chemietechnisch einfach unfassbar viel weiter. Unglaublich stark. Das ist schon mal nice. Wir kommen wahrscheinlich safe auf die 100. Das gefällt mir schon mal. Wir haben Sergio Roberto. Den brauchen wir nicht wirklich. Können wir aber in die Innenverteidigung stellen, was ich glaube ich auch mache. Sergio Roberto, was hat er für Workrates? Mittel, Mittel. Kann man eventuell noch vertreten. Und es gibt uns schon mal die 100 Chemie. 1,84er Draft hier bis jetzt. Es ist ein saustarkes Draft zum Beginn. Richtig, richtig, richtig gut. Der Wischi hat sich auch die Haare gefärbt. Mon Amour. Was ist denn los mit euch? Mario Rui kommt noch mit rein. Und jetzt der letzte Keeper. Nochmal eine Silberkarte. Und das ist dann einfach, ich würde sagen, highest rated 74. Wir haben ein 84er Rating. Sau stark. Ich sortiere jetzt nochmal schnell die Bank. Schauen wir mal, ob ich schnell was umswitche. Und dann sehen wir uns sofort wieder, Ladies. So, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, statt Morata, Messi in den Sturm zu tun. Wir kriegen nur minus 1 Chemie. Wir haben ein 85er Rating. Das ist ultra stark. Ich glaube, ich verplappe mich hier nicht, wenn ich sage, das ist stark. Das sieht wirklich sehr, sehr stark aus, muss ich sagen. Ich werde jetzt den Manager nehmen. Wenn wir jetzt einen LaLiga-Manager haben, dann werde ich Messi hier direkt so starten lassen, würde ich mal sagen. Ich glaube, das können wir probieren. Und ansonsten haben wir noch die Super-Subs hier am Stissel. Und dann würde ich sagen, Manager ab. Und jetzt LaLiga, LaLiga, LaLiga. Santander ist dabei. 86er Rated Draft. Jesus Christ, das ist saustark zum Beginn. Lass gerne dafür mal einen Daumen nach oben da. Ich freue mich riesig, das jetzt zu spielen mit, vor allem mit Ronaldo. Let's fucking go. Los geht's. Natürlich Anweisungen jetzt hier direkt zum Beginn mal nicht vergessen. Hinten bleiben. Ja, aber das ist jetzt die Frage. Ich mache bei Kroos auch mal hinten bleiben. Hier vorne lasse ich jetzt erstmal alles. Und schaue mal, wie die sich so, wie die sowas raus snacken werden. Das lasse ich auch erstmal alles auf Abschirm. Hier, Verteidigungslinie ist drauf. Und dann gehen wir jetzt aber wirklich mal rein. Wir gewinnen. Und der Bessere wird gewinnen. Den Spruch dürfen wir nicht mehr vergessen. Ich bete zu Gott, dass ich nicht die erste Runde rausschliegen werde. Es wäre ein Skandal. Unser Gegner hat in Form Valencia. Rüdiger. Premier League Team mit Ronaldo auch am Start. Und im Sturm. Wer ist das? Van Basten? Man muss das erstmal lernen, was jetzt die neuen Bilder alle so sind. Aber ein starkes Team auf jeden Fall. Komm schon, Ronaldo. Zeig mir, was du drauf hast. Boy. Mein erstes Spiel Ultimate Team, ladies and gentlemen. Und Ronaldo läuft. Ronaldo, erster Schuss. Nein. Ich bin viel zu overhyped. Hat er den gehalten oder hat Ronaldo den daneben gehauen? Hat er gehalten. Ronald. Ich brauche diesen Mann. Da bin ich mir jetzt schon sicher. I need you. And I miss you. Man kann halt, finde ich, gar nicht einschätzen, bisher so, das will man wahrscheinlich noch lernen, ob die Bälle reingehen oder nicht. Messi. Messi. Messi legt ab auf Asensio. Da sieht man halt, wie schwer das Verteidiger dieses Jahr ist. Weil er es nicht selbst gemacht hat, konnte ich einfach vorbeilaufen. Und da ist das 1 zu 0. Let's go. Ich bin so happy. Ich hatte selten so gute Laune, FIFA zu spielen. Aber wahrscheinlich auch nur, solange ich jetzt gewinne. Oh mein Gott. Komm. Toni Kroos. Kannst du Freistöße schießen dieses Jahr? Schade. Zu wenig Power. Und Messi. Messi. Ich habe so schlecht abgeschlossen, Leute. Wirklich so schlecht hier. Let's go. Und er macht die trotzdem rein. Das ist Messi. Ronaldo. Die Bayern beide zusammen. Und der Gegner Rage quittet? Doch nicht. Die Verbindung ist einfach scheiße. Okay. Ronaldo. Golasso. Der G. Rudrick. Es war, glaube ich, L2 und zweimal nach links mit dem rechten Sticker. Da hat er den, glaube ich, gemacht. Let's go. Oh oh. Oh oh. Du, du. Nein. Bro. Was? Wie kam es denn dazu? Ja, wow. Was soll ich denn tun da? Wenn er sich so reinstellt. Jetzt versuche ich mal meinen Trick hier anzuwenden. Bro. Und jetzt noch mal. Den Aldi. Oh oh. Jesus. Nein. Ey, come on, Game. Groß. Der kann auch noch schießen. Oder auch nicht. Oh. Aber damit sollte der Deckel auf jeden Fall drauf sein. Der Schiri pfeift. Das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen das erste FIFA 18 Spiel von uns online. Das freut mich sehr. Jeder Angreifer hat da vorne ein Tor gemacht. Sehr, sehr schön. Und somit gehen wir ins zweite Spiel. Was hat er denn für ein geiles Trikot? Holy shit. Wir spielen gegen Mamba Killer. Und der hat ein... Draft ist okay mit dem Dybala. Dem normalen sogar. Und sonst akzeptables Team auf jeden Fall. Aber das Trikot hat mir ganz schön Angst gemacht. Komm schon, Toni. Komm schon, Toni. Schade, aber erste gute Aktion hier. Aber das wird sehr, sehr schwer gegen den Gegner. Das merke ich hier direkt. Der steht defensiv. Und spielt auch noch... Würde ich sagen gut. Und jetzt muss ich mich echt anstellen. Messie, Elfé. Schade. Ich mehr rausmache. Höhen. Alles klar, Zappacosta. Gegen Ronaldo. Easy XP. Jetzt aber Messi. Schließ ihn ab. Schließ doch schneller ab, Broski. Dann ist das Ding drin, Mann. Jetzt aber. Ronaldo. Ronaldo. Let's fucking go. Tutobene. Sehr schön. My man. Da ist das Ding. Von The Legend. The Mainman. The Goat. Ronaldo. Von Prohoun zu Prohoun. Und lange Ecke. Schade. Hätte ich aus dem Spiel müssen, ob Ronaldo. Oh, das war stark gemacht. Aber schlecht abgeschlossen. Glücklicherweise. Aber mit Nummer 1-0 werden wir hier safe nicht durchkommen. Oh. 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 Ronaldo zum 2-0. Zum 2-0. So ist das. Und nicht anders. Und da macht er ihn wieder. Sehr schön. Come on, Mann. Oh, oh. Testing gefällt mir sehr gut bisher, muss ich sagen. Oh. Und dann ist dann das Eckentor da. Da kannst du wieder absolut nichts machen. Und es ist wieder. Er setzt ihn daneben. Aber der Pass kam auch so gut. Und plötzlich hat sich alles verlangsamt gefühlt. Oh. Wow. Jetzt nicht noch. Ey, du kannst da nichts machen im Strafraum, wenn du irgendwas drückst. Ist ja direkt Elfmeter. Direkt. Zweimal angegriffen im Strafraum. Zweimal Elfmeter. Was willst du dagegen machen, frage ich mich. Wow. Wirklich. Einfach nur wow. Wow. Komm, bringen wir nochmal ein bisschen Power jetzt mit Neymar und Messi auf die Zähne. Das ist echt. Da kannst du ja nichts machen. Kreis müsst ihr aus eurem Spiel rausnehmen, weil es immer direkt Freistoß oder Elfmeter ist. Wirklich instant. Ein Ding würde ich gerne mal gewinnen. Kein Einziges. Ich bin gerade definitiv näher dran, eins zu kassieren, als eins zu machen. Meine Fresse. Ja, Ronaldo. Dreierpack, Mon Amour. Dreier. Dreierpack. Let's go. Der Konter hat die Maler direkt mit seinem eigenen Jubel. So gefällt mir das auch. Der Schiri pfeift ab. Wir gehen in die Verlängerung, Leute. Ich schaue nochmal, was wir für ein Wechsel machen können. Das ist ein sehr ausgeglichenes Spiel. Wir haben noch Coutinho gegen Messi. Sollen wir das wagen, ist jetzt die Frage. Hat eigentlich noch ganz gut Ausdauer. Ich warte erstmal. Ich warte erstmal. Ich mach mal Ronaldo auf jeden Fall auf den rechten Sturm. Kein Kreis drücken. Am besten gar nichts drücken. Jetzt aber. Komm, Neymar. Neymar, macht ihn rein. Sehr schön, Neymar. Sehr, sehr schön. Und jetzt heißt es nicht verwalten, Mon Amour. Das ist doch unser. Wenn er nicht abvisiert wird vom Spiel, ist das unser. Wow. Game. 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 Spiel. Mach keine Faxen. Dankeschön. Jetzt aber. Sehr schön. 5 zu 3. Und das sollte das Ding sein. Und wer macht 4 Tore? The Mainman. Ronaldo Numero 9. Oh, der ist sogar drin, Alter. Wie dumm war das von mir. Man kann nicht einschätzen, ob der reingeht. Ich dachte, der fliegt daneben. Jetzt kann ich mehr kriegen, Benji. Was ist das für ein Spiel? 4 zu 5, Alter. 9 Tore. Und der Schiri pfeift ab. Das heißt, wir gewinnen noch die zweite Runde. Die war aber schon verschwitzt. Wie sonst was. Jetzt bin ich gespannt. Wenn ich jetzt die dritte Runde holen sollte, dann übersteigt es alle meine Erwartungen. Let's go. Nächste Runde. Und jetzt wird es richtig schwer. Und zwar 3. 3 Ikonen im Footdraft. Leck mich im Arsch. Let's fucking go. Scheiße. Nichts drücken. Oh. Oh, das war stark gespielt, Mann. Aber der macht hier nur Flanken. Das ist ein richtiger Flankenboy. Ja. Oh mein Gott. Wie hat er sich denn da reingesnackt? Alter. Ich dachte, der Torwart war ein Easy Cheesy Lemon Sweezy. Aber nicht für Ronaldo. Hopp. Schmieds. Hopp. Schmieds. Nice one. Der Junge. Der Junge mit dem Pro-Owns zu Pro-Owns. Lässt er ihn stehen. Und da ist das 2 zu 9. Ich meine natürlich 2. Ich habe da fast gar nichts mehr gesehen durch die Kamera. Habe ich jetzt noch den Ball? Habe ich ihn nicht mehr? Schieß dich einfach mal. Baby. Wieso kriege ich die ganze Zeit schon wieder Eckentore? Eckentore oder Elfmetertore? Da kam er ja nicht zu. Von Arnold, dem deutschesten Bundesligaspieler der Geschichte. Das ist eine geile Freischussposition. Komm schon, Toni. Was? Ohne Power-Free-Kick. Oh, der war aber sauknapp. Patrice Evra. Easy auf dem Pacel von Anka Dometti. Good to know. Der gewinnt ja alles. Der gewinnt ja alles. Und dann leckt es. Und ich versuche den Trick 3-mal zu machen. Es passiert nichts. Absolutely zero. Aber Hauptsache, man muss alles von selbst verteidigen. Aber rausrennen. Das können sie immer noch von selbst. Aus der Verteidigung, ne? Ja, Wolski. GG of EA Sports. Wirklich. Absolutes Bullshit-Tor. Rausrennen können sie von selbst. Aber den Rest muss man selbst machen, ne? Ja, moin. Ach, Quatsch. Quatsch mit Soße ist das. Das ist Quatsch ist das. Das ist doch Quatsch ist das. Okay, er hat mich absolut geflickt mit dem Tor. Aber ey. Ey. Da wieder nur eine Flanke reingebracht, Alter. Neymar kommt rein und macht direkt das 3-zu-3. Wer wünscht sich das so? Ich wünsche mir das so. Und da gibt es direkt einen neuen Dancy am Start. Ein Elfmeter, Mann. Oh, ich habe schon wieder gedacht, weil er wieder so umgefallen ist. Ich habe den Elfmeter schon wieder gesehen. Oh, jo, jo, jo. Nicht gut. Nicht gut. Ne. Diese Flanke. Du kannst nichts tun. Du kannst nichts tun. Das ist... Ich rede mich auf, aber da ist niemand... Kein Sch***es in der Mitte. Oh, da werde ich wieder richtig sauer, Mann. Und das Spiel ist natürlich so schlau. Und gibt dem, der ein weißes Trick und hat, die schwarzen Punkte auf dem Feld. Na klar. Na klar. Mann, da werde ich wieder richtig sauer, Alter. Es läuft so gut und da werde ich so gebullshitet. Na klar. Ja klar kommt jetzt plötzlich kein Ball mehr an. Und na klar bin ich sauer. Und ziehe gerade wieder alles ins Lächerliche. Aber das fuckt mich doch einfach ab. Das ist der schlechteste Gegner, den ich bisher von den allen gespielt habe. Aber mit Abstand. Und der macht fünf Butzen. Na klar. Ich wollte gar keinen Schuss weg machen. Ich wollte nur laufen und den Gegner sogar mit meinem eigenen Ball faulen. Das war mein Ziel. Ich habe es geschafft. Let's go. Mission erfüllt, ne? Mission erfüllt. Ich verstehe. Schade, Marmelade will ich verlieren. Das Ding meiner Sicht ja etwas unverdient. Fünf zu drei. Na klar. Schade auf jeden Fall. Ich bin trotzdem weitergekommen, als ich es erwartet hätte, wenn ich ehrlich bin. Aber dieses Spiel war mit dem bisher schlechtesten Gegner meiner Meinung nach. Finde ich doch schon ein bisschen. Ich bin ein bisschen angepisst, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich dann wieder ein Eckentor kriege, weißt du, nur Eckentore und Elfmeter habe ich gefühlt bekommen. Da fühlst du dich ein kleines bisschen verarscht. Aus. Aus. Ey. Aus dem Liegen grätscht er den noch perfekt. Ey. Jetzt mal im Ernst, Leute. Jetzt mal im Ernst. Und der springt daneben und der haut ihn einfach seitfalls. Na, er kann es nicht machen. Ich will mich gar nicht abfucken. Ronaldo auf jeden Fall sehr, sehr geile Karte. Der Gegner war scheiße, meiner Meinung nach. Auch wenn er mehr Schüsse aufs Tor hat. Ihr wisst, dass ich gerade Scheißdreck rede. Ich bin angepisst, aber wir gehen jetzt in die Belohnungen. So, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Aber jetzt öffnen wir Jumbo Premium Gold Set und Premium Gold Spieler Set. Und da sind nicht als Spieler ideal, mindestens 12 Spieler, mindestens 10 Gold, 3 seltene. Sehr schön. Mindestens 20 Gold, 7 seltene. Dann öffnen wir das Jumbo Premium Gold Set als erstes. Und mit was werden wir hier belohnt, ist jetzt the question of the day. Mit Gold Spielern und zwar Rechtsverteidiger von Atletico. Frisalco. Alles klärchen. Wen haben wir sonst noch im Pack hier mit drin? Das ist Dos Santos aus der MLS. Ganz nice eigentlich an sich. Sonst nichts Großartiges. Manager Liga und so weiter. Kommt erstmal alles in den Verein rein. Und dann jetzt noch das Premium Gold Spieler Set. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da für mehr Drafts. Jetzt zum Beginn würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Wenn ihr genau bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag mehr Drafts in die Kommentare. Wenn ihr natürlich wollt, dass mehr Drafts kommen. Und dann kommt jetzt das letzte Pack. Was ziehen wir hier drin? Vielleicht ein bisschen Lucky. Das wär's doch jetzt mal. Who is it? Niemand besonders Gutes. Brasilien ZM. Oh, hier. Rafinha. Ist auf jeden Fall akzeptabel. Vielleicht noch jemand anderes mit drin, der ganz nice ist. Valejo. Na ja, ist jetzt nicht ganz so nice. Gut, hätte auf jeden Fall besser sein können. Aber ich beschwere mich nicht, Freunde. Das war's für mich für heute. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach. Und ansonsten bin ich raus, Freunde. Und es hat noch ein Wort. Vergiss dich mal im 24-Stunden-Team am 30.09.2017 um 17 Uhr. Okay. Das war's für heute.